willkommen in meiner küche heute gibt es bei mir sehr lecker hasenuss torte das ist kleinere torte also niedrige torte und da sind die zutaten für den biskuit sag ich mal wir werden brauchen 125 gramm butter das butter muss weich sein 150 gramm zucker eine peckchen vanillenzucker drei eier meine waren glaube ich die eier muss eine raumtemperatur haben dann 200 gramm mehl ganz normales weizen mehl 110 gramm haselnüsse gemahlen vier esslöffel haselnuss gehackt eine peckchen backpulver also drei teile und 125 gramm milch die haselnüsse gehackt ja die werden wir noch brauchen später für das für die deko das backofen schon kann man schon vorheizen auf 175 grad also übergefasst alles bei 175 grad ober und der hitze und jetzt geht's ganz schnell das butter werde ich zusammen mit dem zugang mit dem zugang mit dem zucker cremig schlagen also so richtig richtig cremig schlagen das ist deswegen ist es wichtig dass das mutter weich ist ich mache das mit dem handrührgerät geht es bei mir immer schneller dann kommen die eier nach und nach wenn das schon gut vermischt ist geben wir die trockene zutaten erstmal vermische ich das mit dem backpulver und jetzt gebe ich das auf zwei mal zu zudem butter wischung also hälfte von der trockene zutaten und hälfte von dem von der milch und nur so lange vermischen bis sich die zutaten verbunden haben nicht zu lange und ich hatte hier ist form 26 cm werde ich das glatt streichen und wird das gebacken 45 bis 60 minuten schaut ihr unbedingt nach 45 minuten mit stäbchen probe oder schon gebacken ist weil jeder backoffen bekann das also da muss ich schon eure backoffen kennen konnte auch form 22 oder 24 nehmen jetzt habe ich die zutaten für den pudding da werden wir brauchen pudding als eine peckchen vanille ja ich hatte die geschmack 37 gramm ist das ohne zucker weil die manche länder sind zu kam dann 70 gramm zucker und halbes liter milch da sind die zutaten für den pudding und danach werden wir noch braun also da sind die zutaten hier für die creme danach werden wir brauchen 250 gramm weiches butter und ungefähr 70 gramm haselnusscreme konnte nehmen die ganz bekannte haselnusscreme oder so wie ich so eine duocreme glaube kennt ihr das ja jetzt aus dieser zutaten werde ich mit pudding kochen also als diese drei zutaten würde sagen 400 milliliter milch werde ich auf kochen zusammen mit dem zucker dann in der rest hier werde ich das pudding vermischen und wenn das milch fängt an zu kochen gebe ich das pudding mischung dazu und so lange rühren bis das milch dickflüssig ist also bis das pudding gekocht ist okay ich gebe das pudding jetzt auf eine große teller weil der wird dann schneller abkühlen und mit frischhaltefolie zu decken so dass sich da keine haut bildet und lasse ich es abkühlen da habe ich jetzt paar haselnüsse ganz mit haut ich das war glaube ich so 20 stück oder einander ein bisschen mehr aber wir werden noch circa 20 stück für das deko brauchen die werde ich jetzt mit heißem wasser über gießen also kohende fast kohende wasser über gießen und wir müssen das haut abziehen beim mandel geht das leichter bei mir war nur das erste stück ist so leicht der hat es abgegangen aber bei der anderen musste ich bisschen mit messer nachholfen also kratzen ok davon werden wir brauchen ja circa 20 stück und das kuchen schon ist abgekühlt also die kühlt schon auf der seite das biskült jetzt werden wir machen die creme also die 200 gramm butter richtig cremig schlagen dann gebe ich das ganze pudding dazu das pudding war so cremig deswegen habe ich alles auf einmal gegeben und jetzt weiter mischen wenn ihr diese creme für für torte braucht oder wollt wie soll ich das sagen wenn ihr fondant torte da machen möchtet und diese creme nutzen möchtet dann nehmt ihr reduziert reduziert bisschen milch also macht ihr den pudding kochen aus 300 gramm milch dann wird dann die creme ein bisschen fester ok gut vermischt dann zum schluss kommt das nougat creme und wird auch gut vermischt meine creme war hier sehr gut also sehr gut das war nicht zu süß ich habe lobe bekommen dass die torte nicht zu süß war aber wenn ihr so richtig süß macht dann könnt ihr eine bis zwei esslöffel noch puder zucker noch dazu geben zu der creme und gut vermischen ok die creme ist schon fertig dann hier habe ich mein biskült der ist nur aus drei eier gemacht deswegen ist es so niedrig wenn die mit 22 form oder 24 form weg dann wird ein bisschen bisschen höher und jetzt stürze ich das kuchen entferne ich das backpapier und ich werde jetzt das zweimal durchschneiden so dass ich drei würden habe die boden sind hier sehr sehr dünn am besten mache ich das immer mit so einer säge die habe ich im internet gekauft wenn ihr solche säge nicht habt oder es nicht so handgeschicklich sei oder angst habt dass sie nicht so gerade gerade einen boden bekommt dann schneidet ihr das doch das kuchen nur einmal durch meine kuchen war hier so ein bisschen noch lauwarm ok die erste boden könnt ihr sehen der ist sehr sehr dünn die erste boden werde ich jetzt mit den creme bestreichen also drei bis vier esslöffel von der creme da drauf wenn ihr eine haselnuss liqueur hat dann kommt ihr konnte dass die boden bisschen betränken mit den haselnuss liqueur ok meine boden war sehr sehr dünn wie ich schon sagte ich habe das so irgendwie falsch in die hände genommen und er ist mir gebrochen sag ich mal aber da muss man was bester drauf tun und da konnte sehen ist es sehr dünn naja aber passiert so was im echten leben ich mache das noch hier alles referieren so dann kommen wieder vier bis fünf esslöffel von den creme da drauf wird glatt gestrichen und zum schluss kommt das letzte boden und jetzt kann man das rundherum und oben streichen mit der creme ich habe das hier auch zweimal genommen weil die seiten hatten so nicht so richtig gehalten also da konnte man noch der das teig sehen deswegen habe ich erstes mal mit dem creme eingestrichen so dass sie die krummelbinden für halbe stunde in kühlschrank gestellt und später noch zweites mal gestrichen hier mache ich schon zweites mal streichen und die restliche creme habe ich ihnen eine spritzbeutel gegeben mit so kleine stern tülle aber hier werde ich noch bisschen mit haseln gehackte haselnüsse dekorieren dann werde ich hier kleine häufig häuschen machen mit der spritzbeutel vorsichtig noch mit den haselnüssen hier dekorieren dann die ganze nüsse drauf und zum schluss hatte ich noch ein bisschen schokolade geschmolzen in einem spritzbeutel geschmolzen also in einem beutel und ich werde dann noch ein bisschen mit der schokolade sprengeln so dass die torte nicht so blass aussieht und dann ist die torte schon fertig kann man sie im kühlschrank geben am besten über nacht ich hatte sie über nacht im kühlschrank und gleich werde ich euch das probieren also mit der schokolade sieht schon ein bisschen besser die hat bisschen kontrast gegeben da werde ich mit euch schneiden und probieren sieht man nicht dass die zweite boden kaputt war alles gut hält oder habe ich nicht gegessen mit euch weiß ich jetzt nicht egal auf jeden fall war die torte sehr gut ich wünsche euch viel spaß beim nachmachen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss Vielen Dank.